Sie fuhr um acht Die Jury hat das Verfahren auch nicht eröffnet Doch niemand ist beschuldigt, warum da nur der scheußliche Verdacht Es ist oberst Juliens Pflicht, er muss den Vorwurf klären Doch hinter alledem schlägt Verwehr Der Kerl gibt keine Ruhe Die Ratte wird ans Morgenluft Die Wahrheit kommt heraus, so oder so Ist dieser Baker ein richtiger Arzt? Ja, und das heißt, dass er schweigen muss Was wird aus uns, wenn es wirklich ein Mord war? Was wird aus uns, wenn man ihn hängt? Was sagt der Arzt? Was weiß er von den Toten waren? Los, den Männern ruft, was ist los? Wann steht das gewohnt? Und er ließ keinen Zweifel an der Diagnose Ja, natürlich Nein, nein, ich Das habe ich nicht erwartet Gut, der Spätzug, ich hole dich ab